Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich liebe dich. Besser ist das. Mr. Sawyer, Sie sind die allererste Familie, die im Wohnbereich des Pearl untergebracht ist. Wie bewerten Sie die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes? Das Pearl ist das höchste und modernste Gebäude der Welt. Ein atemberaubendes Werk. Aber? Niemand weiß, was passiert, wenn hier etwas schiefläuft. Hallo Männer. Lass das Plänen. Der 96. Stock steht in Flammen. Sarah, hör mir zu. Das Feuer wird sich ausbreiten. Geh weiter nach oben. Nicht stehen bleiben. Okay. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wo, wo, wo. Sie verstehen nicht. Meine Familie ist da drin. Unrehen. Okay. Nicht drunter sehen. Dumm. Das war dumm. Wie bist du hier reingekommen? Ich bin von einem Superkran gesprungen. Was? Genau der Mann, den ich gesucht habe. In diesem Gebäude ist etwas, das ich haben will. Sie werden es mir beschaffen. Alles ist möglich. Mit der richtigen Motivation. Nein! Daddy! Wir müssen das zusammen machen. Ich habe Angst. Man darf Angst haben. Um tapfer zu sein, muss man ein wenig Angst haben. Ich bringe dich aus dem Gebäude raus. Du musst jetzt tapfer sein, okay? Ja. Daddy liebt wen? Mich. Festhalten. Drei. Zwei. Eins. Zwei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020